Willkommen zurück bei Crusader Kings 3 und heute geht es ums liebe Geld. Wir wissen es vom Real-Life-Erkenntnis im Spiel. Geld ist nie genug da und deswegen will ich dafür sorgen, dass ihr zumindest im Spiel immer genug Geld habt, um euch zu versorgen. Und zwar mit einer Strategie, die nicht einfach besagt, erobert die Minen XY, sondern die Mechaniken des Spiels und eines DLCs ausnutzt, um wirklich maximiert Profit einzufahren, auch langfristig und eigentlich mit jedem Spielstart, wenn ihr ein bisschen bereit seid, eine Mischkultur zu gründen. Wie immer, wenn ihr weitere Tutorials braucht, schaut einfach mal hier in die Playliste hinein. Kommt bei Twitch vorbei, quetscht mich da gerne aus, abonniert am besten den Kanal und dann springen wir direkt mal rein. Und damit willkommen in Iberia, denn ihr braucht für diese Strategie den DLC zu Iberien, also Spanien. Fate of Iberia und natürlich für die Mischkultur, wie immer, den Royal Court DLC. Ihr könnt allerdings, wenn ihr hier startet, auch ohne Mischkultur vorankommen, nur wenn ihr diese Strategie überall anwenden wollt, müsst ihr eben auch diesen DLC haben. Und warum ist das hier in Iberien so wichtig? Warum funktioniert das hier am besten? Das zeige ich euch sofort. Durch das DLC kommt nämlich neben das Iberische Ringen, was man hier sehen kann, nämlich etwas ganz Wichtiges hinzu, was für alle relevant ist, und zwar zwei neue Vermächtnisse. Wenn wir diese Vermächtnisse einmal anschauen, dann sehen wir die hier oben, Metropolit und Lünge. Beide Vermächtnisse sind relativ stark, aber für unsere Strategie geht es vor allen Dingen um Metropolit. Denn ihr seht schon, der erste Name des ersten Trades sagt eigentlich alles aus, worum es in diesem Video geht. Es geht um Städte, denn einflussreiche Städte erhielt tatsächlich schon das Entwicklungswachstum um 20%. Natürlich ist das nur der erste Schritt, hier diesen Baum zuerst mal zu nehmen. Und wie kann ich diesen Baum überhaupt bekommen? Erstmal, wenn ihr einfach, wie ich jetzt hier startet, mit einer Person, die der andelusischen Kultur eingehörig ist oder zugehörig ist, dann klappt das generell. Alle Kulturen, die irgendwo iberische Herkunft sind, also auch die katholischen hier, können sich diese Vermächtnisse gönnen. Sowohl Klüngel als auch eben Metropolit, wie wir gerade gesehen haben. Und da bekommt ihr einige coole Sachen, die eure Städte halt extrem stark machen. Schauen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz an, damit wir schon mal die Grundlage raus haben. Denn wir haben hier noch republikanische Ausbildungen, wodurch, wenn Kinder in diesen Städten entwickelt werden, was relativ schnell passiert, wo eine hohe Entwicklung schon vorhanden ist, dann kriegen die Stadtkenner. Was einfach mal drei Verwaltungen, drei Bildungen dazu bekommt, was extrem stark ist neben ihrer Ausbildung. Dann gibt es hier noch diese Kostenreduktion plus mehr Steuern, mehr Aufgebot. Das ist ja das Wichtige. Wir wollen ja mehr Geld scheffeln und wir wollen billiger bauen können, um noch mehr Geld zu haben. Denn mit dieser Strategie wollen wir nachher vor allem das Militär über Söldner regeln, was in Iberien eben auch sehr gewollt ist. Dann haben wir hier prestigeträchtige Entwicklungen. Jedes Mal, wenn ihr ein Gebäude fertig seid, kriegt ihr auch noch 150 Prestige. Das heißt, auch Prestige könnt ihr hier zwar spät im Baum, aber relativ gut grinden. Und wir haben florierende Städte, wo ihr tatsächlich die Städte um einen weiteren Gebäudeslot erweitern könnt, was einfach absolut krankhaft ist. Als Grundlage für unsere Strategie ist das also schon mal exzellent. Wir kriegen mehr Entwicklung, wir bekommen mehr Steuern von Städten, wir bekommen also mehr Geld damit auch. Mehr Entwicklung heißt auch immer mehr Geld. Aber bevor wir jetzt ganz genau auf die Strategie weiterhin eingehen, geht es erstmal um die Grundlagen der ganzen Holdings, die wir haben, also der Besitztümer. Ich wurde auch mal gefragt, warum denn Städte, warum denn Tempel? Die Sache ist bei Städten, ihr habt bei diesen Vasallen, die ihr hier sehen könnt, immer eine gewisse Obligation, wie die etwas geben können. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Republiken gehen, die Städte bezahlen uns immer 20%, außer wir verändern das eben, wie jetzt zum Beispiel im Vermächtnis, um nochmal 10, 20 und so weiter Prozent. Was am Anfang meiner Städte recht wenig ist. Wir sehen bei den Bogen dann, also bei den Feudal-Vasallen sind es immer 10%, beziehungsweise hier sind es sogar nur 5%. Ihr habt hier nicht die rechtmäßige Lehrensherren, deswegen sind wir nur bei 5% als normale Steuer, die 10% stehen. Da wir nicht den Titel jetzt halten, also zum Beispiel das Herzogtum und so weiter, kriegen wir noch weniger Steuern. Das ist nochmal der Grund auch immer, warum ich euch sage, pfeift auf all die Leute, also eure Vasallen, geht nur auf euer Kerngebiet, denn ihr seht, wie wenig ihr bekommt im Endeffekt. Das Ganze wird ja noch schlimmer, hat der zum Beispiel nochmal als Herzog 3, 4 Vasallen unter sich, dann kriegt der von denen 10% und wir kriegen von diesen 10%, die er von seinen Vasallen kriegt, was er dann einnimmt, nur die 10%. Das heißt, wir kriegen extrem wenig Geld dadurch. Was bei den Städten halt cool ist, ihr seid, wenn die in eurem Gebiet massiv viel pumpt, also müsst ihr immer jedes Holding einmal drin haben, seid nicht im Vorteil, dass ihr diese Städte durchweg hauen könnt und konstant diese 20 bis, werden wir sehen nachher, mehr Prozent wirklich abkassieren könnt, was einen gigantischen Vorteil bietet. Deswegen sind Tempel auch immer sehr gut, weswegen ich ja die Strategie mit Entwicklung und so weiter und Bilderverbot natürlich immer pushe. Die sind aber so gestalt, dass die nach dem gehen, wie sehr sie dich mögen. Je mehr die dich mögen, desto mehr Geld geben die dir. Ich bin nicht mehr ganz sicher, warum es hier nicht mehr angezeigt wird, früher konnte man das auf jeden Fall sehen, kommt mir ein bisschen komisch vor, aber es ist so, dass dieser Erzbischof uns so viel Geld gibt, wie er uns halt mag. Das heißt, wenn ihr natürlich relativ früh startet mit eurem Herrscher oder wenn ihr irgendwelche sündhaften Sachen habt, werdet ihr nicht viel Geld von denen bekommen. Das kann er sich aber immer weiter erhöhen. Habt ihr einen direkten theokratischen Vasallen, das wäre jetzt jemand, der wirklich ein halt hier Besitz zum Hauptbesitz zum hat, wo wirklich ein Tempel wäre, dann würde es nach eurer Hingabestufe gehen. Das ist aber seltener. Das haben wir in Deutschland, im Heiligen Römischen Reich sehr viel, aber jetzt hier zum Beispiel in Spanien so gut wie gar nicht. Das ist eher ein Sonderfall, da kann man aber tatsächlich auch 55% nur durch die Hingabestufe bekommen. Aber eure Vasallen halt hier unter euch, hier diese Tempel, gehen rein danach, wie sehr sie euch mögen. Und das kann natürlich von super gut bis schlecht schwanken. Am besten ist es da eben Laienpriester einzusetzen, um dieselbe zu halten. Aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Bei uns geht es um die Städte. Nehmen wir zum Beispiel mal jetzt hier, Leon hat ja zwei Slots offen. In beide würden wir jetzt noch eine Stadt hineinsetzen, denn diese Stadt würde uns eben immer diese 20% geben. Da gibt es keine Bedingungen, die gehören direkt uns. Die können auch nicht rebellieren, die sind nicht nervig oder sowas, sondern das sind einfach direkte Vasallen, die jetzt über 20% ihres Geldumfangs und 10% ihrer Aufgebote geben, wobei es ja vor allen Dingen ums Geld geht. Damit haben wir wieder mal die Grundlagen aus dem Weg geräumt. Das heißt also, wenn ihr das haben wollt, könnt ihr einfach irgendein Gebiet erobern und eine Mischkultur gründen. Zum Beispiel jetzt hier mit Mallorca würde es schon reichen, ist meistens recht einfach zu erlangen. Dann kriegt ihr hier die analysische Kultur, könnt also da eure Mischkultur rausformen später, indem ihr euren Ratsverwalter hinsetzt und die Akzeptanz fördert, mehr Hochzeiten eingebt, das Gebiet abgebt. Ihr wisst schon hoffentlich, wie es funktioniert. Sonst könnt ihr immer bei Twitch vorbeikommen und euch das Ganze anschauen, wie ich das denn mache. Das wäre dann schon die Möglichkeit, hier auch als fremder Herrscher reinzukommen. Also selbst als afrikanischer Herrscher könnt ihr jetzt hier hinkommen und euch das gönnen. Das ist auf jeden Fall möglich. Und dieses Vermächtnis, wie gesagt, hilft uns ja schon mal dabei, uns auf diese Städte zu spezialisieren. Denn wir kriegen, wie ihr sehen könnt, schon mal 20% mehr Entwicklungswachstum, was extrem stark ist. Und wichtig eben auch, wenn wir jetzt rein auf die Städte gehen, dieses 15% mehr Steuern und 15% mehr Aufgebote. Was am Anfang vielleicht irgendwie lächerlich wirkt, aber extrem vieles, gerade wenn wir wirklich in große Gebiete viele Städte, also sagen wir mal 3, 4 Städte im Bestfall hinein quetschen. Um das Ganze noch zu erhöhen, kommen wir erstmal zum zweiten Punkt. Natürlich können wir das Ganze wie immer mit wunderbaren Trades feinern. Da haben wir zwei Trades. Leider sind die nicht kombinierbar. Das liegt an einem Grund, den ich euch gleich zeigen werde. Und zwar wäre das Nummer 1, Stadtstolz. Das ist die Fähigkeit, dass ihr von jedem Stadtbesitz zum, also egal welches, mehr Steuerentwicklung und Aufgebote bekommt. Ihr seht aber schon, da ist kein Flatterwert in den Traditionen drin. Ich habe es extra ausgetestet. Das heißt, das bringt leider nicht so viel, wenn wir es nochmal mit einer anderen Tradition nicht gleich zwei kombinieren werden. Dann haben wir weniger Kontrollzuwachs. Finde ich ein bisschen schade, dass es da noch einen negativen Trade für gibt. Aber ist halt so. Und die Parochialen-Vasalen, das sind alles Burgbesitzer. Wichtig. Sind Verbreiter. Man kann hier mit dem auch nochmal Geld rausholen. Die Parochialen-Vasalen müssen halt auch, wie ihr sehen könnt, mehr Steuern bezahlen. Das ist auch ganz cool. Auch mehr Aufgebote. Aber die werden halt extrem sauer. Ihr seht, minus 20. Und jeder, der Land besitzt, kriegt nochmal minus 20 an Meinung. Was eben ein extremer Malus ist. Und ihr werdet gleich sehen, im anderen Trade ist das genauso. Also ihr kriegt nochmal diese minus 40. Deswegen solltet ihr es lieber nicht kombinieren. Könnt aber, wenn ihr so gierig seid, durchaus die Parochialen-Vasalen statt 10% beim Burgbesitz 30% geben lassen. Und damit das Ganze nochmal ins Extreme schlagen. Oder treiben. Aber ob das so sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln. Denn dieser Bonus hier oben, der Buff, der stackt nicht. Wir haben aber eine besondere Fähigkeit. Das Stadtstolz könnt ihr immer wählen. Könnt ihr, sobald ihr reformieren könnt, hier einsetzen. Wenn ihr den besonderen Trade haben wollt, dann ist das das republikanische Erbe. Das kriegt ihr hier von Cis-Alpinisch, Lombardisch und Italienisch. Auch von Cis-Alpinisch. Da war vorstens, nee, Lombardisch. Da ist der Insolationist drin. Da müsst ihr aufpassen. Die anderen könnt ihr alle wählen. Da köptet ihr dieses republikanische Erbe. Ihr seht, das ist eigentlich fast dasselbe. Es gibt allerdings noch zwei Extras. Weswegen das natürlich der Beste von beiden Trades ist, wenn ihr nur einen von beiden etablieren wollt, was ich euch auch empfehlen würde. Weil diese Bonus hier unten, Stadtbesitzung und Gewähr mehr Steuern, Entwicklungen und Aufgebote stackt nicht. Das könnt ihr hier einmal an meinem schönen Volga Bulgarien Let's Play. Und da habe ich das extra mal schön nochmal für euch recherchiert. Wenn ihr euch bei Twitch oder im Zweikanal nachgucken, bitte gerne Like da lassen und abonnieren. Alle Dinge, die ihr abonnieren könnt, wenn euch das Ganze gefällt und Spaß macht und euch einfach hilft. Und da habe ich das einmal probiert. Ich habe mir also eine neue Kultur gegründet, bin dann hier Richtung hier Kiew gegangen. Und Kiew hat auch eine Stadt oder zwei Städte drin. Und jetzt können wir sehen, die Stadt hat trotz dessen, dass wir beides haben, Stadtstolz und republikanisches Erbe, nur den Bonus. Einmal 1% mehr Besitz zum Steuer und 25% Aufgebote Größe. Ich zeige euch gleich nochmal, wie das aussieht ohne diesen Buff, damit ihr auch seht, dass diese Sachen extra zugekommen sind. Trotzdem seht ihr natürlich, dieser Buff ist extrem stark. Auf der vierten Stufe, was natürlich sehr spät ist, schon klar, aber kriegt ihr 100% mehr Aufgebote, was natürlich sehr lecker sein kann, da die Städte generell weniger Aufgebote haben, muss ich dazu sagen, dass es natürlich nicht so gigantisch ist. Aber 100%, wenn ihr dann vier Städte hier mal reinrechnen will, ist schon ziemlich krass, gerade um eure Nummern, auch wenn es nur fiktiv ist, nach oben zu setzen. Und ihr kriegt halt 4% Besitz zum Steuer. Das heißt, ihr kriegt einfach nochmal mehr Gold davon, was sehr gut ist, weil ihr seht dann hier, diese Steuer wird dann hinzugefügt, hier vom Dorfzentrum und dann kriegt ihr im Endeffekt wieder mehr. Es ist aber ein kleiner Betrag, da wir aber viele Städte bauen wollen und natürlich deren Steuerlast immer vergrößern wollen, ist es eine sehr gute Fähigkeit. Wenn ihr es halt schafft, nehmt euch eben das republikanische Erbe, dann könnt ihr nämlich auch noch Herrscher dieser Kultur, Grafen 4 Stück, zu republikanischen Vasallen machen. Das heißt, diese Vasallen sind auch direkt euch unterstellt, haben auch eine Stadt unter sich und geben euch dann eben auch entsprechend Steuern. Die sind meistens auch leicht zu kontrollieren. Und ja, ihr habt halt dann unter diesen republikanischen Vasallen dann noch andere Vasallen, die dem auch nochmal Geld geben, was euch wieder mehr Geld geben kann. Und wir kommen gleich noch dazu, wie man das Ganze nochmal ins Extreme treiben kann. Außerdem ist Pekinierkolonnen etwas, wo ihr nochmal ein besonderes Fußvolk bekommt. Wird ihr hier im Hochmittelalter sehen. Pekinierkolonnen, schaltet euch die Pichieri frei. Das sind einfach gute, sehr gute Pekiniere, also Sperrträger, die halt üblich kontern, aber mehr Schaden und mehr Zähigkeit haben. Und dadurch natürlich recht nett sind, wenn ihr es eben kriegen könnt. Wenn ihr sagt, ach, drauf gefiffen, nimmt Stadtstolz. Wenn ihr sagen wollt, ich möchte es irgendwie maximieren, könnt ihr dann noch Städtebauern nehmen. Ist aber nicht so gut. Ihr könnt die 5. Reihe halt ein bisschen früher bauen. Dann könnt ihr Volksmeinung bekommen. Und das ist es eigentlich schon. Ihr kriegt halt bei Architekten mehr Prestige. Ja, und die Herrscher bauen, hat mehr Stadtbesitz, wie man es euch aber egal. Ihr wollt ja nur eure eigenen Ländereien damit ausstatten. Der Rest ist euch eigentlich wurscht. Stadtgebäude baut seit weniger. Kann ganz nett sein. Würde ich aber jetzt nicht drüberlegen. Da würde ich lieber zusätzlich, wie ich es im Plotorio gezeigt habe, wenn ihr noch nicht geschaut habt, schaut rein, wie ihr halt eure Geländemodifikatoren nutzt. Wie jetzt hier zum Beispiel landwirtschaftlich oder ähnliches, um das Ganze zu optimieren. Plus halt sowas wie Gartenbauer. Könnt ihr auch im Tutorial nachsehen, warum das so wichtig ist. Zum Vergleich könnt ihr hier nochmal eine Stadt sehen. Ohne diesen Bonus. Ihr seht, die 1% Besitz zum Steuer sind weg und die 25% mehr Aufgebote. Und wichtig, was ich vergessen habe zu erwähnen. Unten hatten wir natürlich auch noch Entwicklungsstehen. Pro Stufe kriegen wir 5% dazu. Das heißt, auf der höchsten Stufe würden wir zusätzlich zu dem Vermächtnis, was ich eben gezeigt habe und hier schon aktiviert haben, 40% mehr Entwicklungszuwachs durch eine Stadt bekommen. Das heißt, baut ihr mehrere Städte. Könnt ihr euch überlegen, dass ihr nicht nur sehr viel Geld schäffelt, sondern auch extrem viel Entwicklung habt. Da ihr in jede Stadt ja auf jeden Fall auch noch eure Zunft reinquetscht. Wenn die noch am Hafen gesetzt ist, auch noch eben den Handelshafen. Und ihr seht dann schon, was geht ab. Da habt ihr ja vor Entwicklungen, ey, als wenn die Welt untergehen würde. Das ist absolut krass. Ihr könnt damit extrem schnell Entwicklung pushen und sau viel Geld verdienen. Aber Geld haben wir jetzt ja noch nicht ganz so. Es kommt alles so spät und Omni irgendwie, weiß ich nicht, das ist so komisch. Dann gucken wir uns jetzt mal an, was wir noch ergänzen müssen, damit das Ganze so richtig schön fließt. Um das Ganze eben auf die Spitz zu treiben, müssen wir uns noch einem schönen Lebenswandel zuwenden. Eigentlich zwei, um das Ganze wirklich nach vorne zu bringen. Wichtig wäre Nummer eins, der Ränkespiel-Lebenswandel. Und diesmal nichts mit Ränkespiel. Also den Stat an sich braucht ihr nicht, sondern ihr braucht Schrecken. Denn ihr geht auf Folterer und geht unten auf die Angststeuer und auf Berüchtig auf Immerda. Angststeuer gibt euch nämlich eben den großen Vorzug. Verschreckte und eingeschichtete Vasallen geben euch 15% beziehungsweise dem Verschreckte 30% mehr Steuern. Aufgebote genauso. Aber uns geht es ja vor allem um die Kohle. Von daher gehen wir erstmal auf Ränkespiel. Juhu! Und müssen gucken, dass wir unsere Schrecken aufbauen. Um das zu ergänzen, um Schrecken aufzubauen, das habe ich ja schon im Tipp-Video erklärt. Könnt ihr oben nochmal nachschauen gerne. Wenn du noch nicht alle Tipps da wisst, gehen wir noch auf Verwaltungsbaum, nehmen uns Golden, Pflichten und es ist mein Domain. Es ist mein Domain. Hilft oft dabei, noch Schrecken zu produzieren, weil oft Events kommen, die Schrecken dazugeben. Wer das Geld maximieren wollt, geht natürlich nochmal hier auf 10% mehr Einnahmen. Da geht einfach gesamt eure Einnahmen nach oben. Geht dann weiter auf detaillierte Hauptbücher. Und bei detaillierten Hauptbüchern kriegt ihr bei republikanischen Vasallen nochmal 15%. Das heißt, wir haben hier 15% durchs Vermächtnis. 15% durch detaillierte Hauptbücher. 30% nochmal durch die Angststeuer. Im besten Fall 30%. Wenn die Tapfer oder Rachsüchtig sinkt, bringt es natürlich nicht so viel. Aber dann habt ihr schon eine Riesensumme, die sich erhöht. Wichtig zur Summe, die Berechnung ist ein bisschen komisch. Schauen wir uns jetzt nämlich mal, ohne das Vermächtnis zu haben. Ich bin nicht hier im wehrischen Bereich gewesen. Mal diesen Bürgermeister Rennero von Signy an. Der zum Beispiel gibt uns 2,2 ab. Das sind bei 30%. Jetzt denkt ihr, Moment mal, du hast doch eben gerade 15%, 30% dazugetan. Ja, habe ich auch zuerst gedacht. Aber nein, die Berechnung ist anders. Zwar ist es so, wir haben 20% ursprünglich. Dann haben wir die Angststeuer plus 30%. Jetzt denkt ihr, Moment mal, man muss ja 50% sein. Nein, von den 20%, davon 30%. Das heißt, ihr kriegt 6% erhöhte Steuern. Werdet also bei 26%. Bei den jeweiligen 10% bekommt ihr nochmal 2% dazu. Das heißt, wir sind bei 30%. Rechnet ihr also jetzt nochmal 15% dazu, dann werdet ihr 3% dazu bekommen. Werdet also dann schon bei 33%. Rechnet ihr nochmal 15% dazu, werdet ihr bei 36%. Das heißt, ihr kommt, wenn alles so richtig gut läuft und ihr alles klappt dann so bei den 40% circa aus und würdet dann natürlich massiv Geld cashen. Der Typ hat jetzt wahrscheinlich nicht mal eine super starke Stadt, die jetzt in irgendeiner Form gigantisch ausgebaut ist, aber er hat schon nur noch schon ganz okay statt und gibt euch dann als einzelner 2,2 Gold. Wie gesagt, bei unserem Limit hört sich das jetzt wenig an, aber überlegt einfach mal, wie viel das bedeutet, was ihr da bekommt gerade. 2 Gold pro Monat, wenn ihr davon 5, 6, 7 habt und dann wirklich nur Städte baut, nicht Bogen, nicht Bogen oder sonst was und jeder gibt euch 2 ab, dann habt ihr schon verdammt viel Geld dabei. Das selbe Beispiel können wir am parochialen Vasallen uns einmal anschauen, der bezahlt uns sogar 11 pro Monat, das ist unser Halbbruder, hat allerdings auch von uns erpresserische Steuern, ihr könnt ja immer die Vasallenbande ändern, er hat erpresserische Vasallensteuern von uns auferlegt bekommen, deswegen hat er 25% als Basis, normalerweise ist er 10% bei der Burg und kriegt halt durch republikanische Erbe und Stadtstolz nochmal 20% dazu, denkt dann, das sind 2,5 bei 10% von 25, 2,5, das heißt, er wird euch schon 30 nur durch die zwei Trades geben. Ich würde trotzdem sagen, nehmt nur republikanische Erbe, wenn ihr könnt und wenn ihr sagt, ist mir egal, nehmt einfach Stadtstolz, dann habt ihr es auf jeden Fall auf Nummer sicher, dann werdet ihr nicht noch irgendwie diese ganzen miesen Laune-Bonus oder Mali haben, ihr seht zum Beispiel hier nämlich, dass die halt durch republikanische Erbe und Stadtstolz minus 40 U-Farben, was halt extrem ist und andere Landbesitzer werden ja genauso minus 40 von euch bekommen, da müsst ihr halt deutlich aufpassen, dass ihr nicht da irgendwie euch komplett verrennt, zum Beispiel hier, der Landbesitzer wird auch minus 40 haben, eben wegen republikanischen Erbe, Stadtstolz. Ihr könnt die Steuern auch noch erhöhen, indem ihr die Lehnsautorität erhöht, ich habe jetzt auf hoch, ihr könnt natürlich auch auf komplette, absolute Lehnsautorität gehen, denkt dran, das hat alles viel mit schlechter Meinung zu tun, ihr müsst also sicher sein, dass ihr das auch aushaltet, auch Bürgerkriege aushaltet, ihr seht aber den Unterschied, 10% zu 35%, das heißt, hier kämen nochmal 25% drauf, deswegen ich meine, dass wir so ungefähr 40, wenn es gut läuft, vielleicht noch ein bisschen mehr auskommen an der Beteiligung. Aber auch damit noch nicht genug, ihr könnt natürlich auch ein Vermächtnis, wenn ihr eben eure viertes Vermächtnis in diesem besonderen Tree durch habt, könnt ihr auch noch auf Verschlagenheit gehen und bis zu lässliche Sünden durchgehen. Lässliche Sünden erhöht das Ganze nochmal um 10% bei Eingeschüchterten, bei Verschrecken um 20% heißt, da haltet ihr eure Schrecken hoch, was ihr eben mit diesem Trade auch relativ gut machen könnt, weil ihr einfach mehr Zuwachs bekommt, schon mal natürlich einen Schrecken dazu habt, also mit dem Ränkenspiel bei 3,45 glaube ich sogar, Schrecken am Anfang startet, was natürlich schon extrem stark ist und dann könnt ihr damit nochmal, ist in meinen Augen eher so ein späteres Ding, solltet ihr nicht ganz am Anfang machen, weil das ist schon sehr spät im Baum, geht lieber auf die Stadt voll durch und schaut dann, was ihr machen könnt, dann könnt ihr natürlich immer noch hier drauf gehen, das ist aber eher so, wenn ihr den letzten Tropfen noch auspressen wollt. Warum dann eben das republikanische Erbe natürlich ganz cool ist, liegt eben daran, was ich eben schon erwähnt habe, wir können 4 Grafen als Aufseher für örtliche Städte einsetzen und sie so zu republikanischen Vasallen machen und die haben automatisch schon mal einen höheren Satz, den sie euch geben, das können wir einfach mal hier sehen, wenn ich zum Beispiel mal diesen ganz normalen Vasall anschauen, sehe ich, okay, der hat jetzt mit all unseren Modifikatoren, denkt dran, nicht mehr das Vermächtnis, das heißt, sind jetzt schon bei 40% und haben noch nicht mehr bei allem, nicht mehr alles getan, zeige ich gleich, was ihr noch alles machen könnt, eins gibt es hier noch, die Hofart, dann habt ihr schon 40% und er hat 20% durch die Republikpflichten, die sind ja immer bei Stachten, die bei 20%. Die republikanischen Aufseher, die er aber einsetzt, haben noch mehr und die können auch als Herzog dienen. Zum Beispiel habe ich hier einen Herzog von Genua, der tatsächlich beide Gebiete kontrolliert und der auch eine Republik darstellt. Er ist so auch ein parochialer Vasall, was natürlich ein bisschen blöd ist für die Meinung, aber ist halt so, er ist auch eine Republik, das heißt, er gibt uns eigentlich nur 20%, nein, er gibt uns tatsächlich 30% Steuern, der hat jetzt wesentlich weniger, weil wir da das Königreich noch nicht beherrschen, aber er hat 30% als Grundsatz. Kann ich auch in einem anderen Beispiel zeigen, ich habe nämlich hier hinten den hier zum Beispiel als unseren republikanischen Aufseher eingesetzt, das heißt, wir gucken uns den einmal an, das ist der hier, das ist der Dux Arthur von Arcona, der ist hier unten eingesetzt worden von mir und der bezahlt uns schon 51%. Der hat momentan noch sehr schlechte Bedingungen, weil ich halt noch nicht upgradeet habe, noch nicht die Kontrolle hochgemacht habe, deswegen kriegen wir extrem wenig momentan. Ihr seht aber natürlich das Potenzial, was dahinter steckt. Wir haben jetzt 51% dadurch eben, dass wir 30% als Grundlage haben und 10% von 30% sind eben 3%. Dann haben wir nur 3%, 6%, 15% durch diese detaillierten Hauptbrüche und der ist nicht mehr verschreckt. Das heißt, wir sind jetzt bei 51%, da müsst ihr darauf achten, dass ihr jemanden feiges am besten einsetzt, damit er direkt verschreckt ist oder verängstigt ist, sodass er dadurch noch mehr kriegt. Hätten wir jetzt nochmal 30% dazu, hätten wir nochmal 9%, wären schon bei 60% und wir haben noch nicht die Tradition von Iberien, die kann ich mir hier sogar auch noch holen, dann hätten wir sogar noch mehr und wir haben eben auch die Trades, die habe ich gerade mal durchgemacht, Herrgeld gibt auch 10% dazu für die Vasallen und eben Hauptbücher nochmal die 15%, was eben diesen großen Push dann nochmal voranbringt und ihr habt diese Hofart gesehen, wenn ihr einen Verwaltungshof habt, ist ganz wichtig, den solltet ihr euch mitnehmen, dann kriegt ihr auf Stufe 10, ist natürlich recht teuer, auch eher ein Endergebnis als am Anfang. Siebte Stufe schon sehr stark wegen der Entwicklung, die wir auch sehr stark dazu bekommen. Und dann kriegt ihr nochmal 10% Vasallensteuer, ist jetzt nicht die Welt, aber es sind halt 10% extra, die man durchaus mitnehmen kann. Sicherlich kann man noch einige Dinge erwähnen, so Kleinigkeiten, aber ich denke, das überlasse ich einfach mal euch, denn wir haben jetzt sehr viele Informationen bekommen, wie man die Städte oder generell die Vasallen richtig schön ausquetscht kann, mit Schrecken und Grausamkeit, aber auch ein paar coolen Traits, ein paar coolen Vermächtnissen und ein paar coolen Mechaniken. Wenn ihr lernen wollt, wie man Bekanntheit richtig gut sammeln kann, um die gewünschten Vermächtnisse freizuschalten, dann schaut einfach mal hier in dieses Video hinein oder wenn ihr grundlegend nochmal Informationen wie man Mischkultur angeht, dann schaut gerne nochmal in das andere Video ein, was hier gerade eingeblendet wird. Ich würde mich darüber freuen, wenn es euch gefallen hat und euch eine neue kleine Idee gegeben hat, wenn ihr mir ein Like da lasst, Kommentar sehr gerne, auch von euren Erfahrungen, wie ihr das Ganze denn gefunden habt, wie das Ganze geklappt hat und kommt sonst bei Twitch vorbei, da werde ich das dann bald mal bei den Kanaren mal spielen, um das Ganze etwas schwieriger und knackiger zu machen, aber eben diese Strategie auch mal richtig schön auszutesten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.